Und wir wollen die erste Hälfte beginnen, die zweite Hälfte beginnen, wie wir die erste Hälfte begonnen haben, mit einer Losziehung von Noah Klaus. Er soll sie auch mal wieder nützlich machen. Müsst ihr jetzt gehen vielleicht? Oh Gott, ist das tragisch. Jetzt seht ihr ja die ganze zweite Hälfte nicht. Ja, dann geht am besten schnell, bevor die erste Slammerin jetzt auf die Bühne kommt, dass wir sie nicht stören. Sie kommt aus Bayern zu uns. Applaus Bayern, freut euch das? Ja, ja. Okay. Schön, dass ihr andere Kulturen willkommen heißt. Hier ist für euch Maja Schmatz. Maja Schmatz. Selbstgespräch in zwei Teilen. Eins, du. Du sagst, es ist still geworden um dich. Du schaust mir in die Augen in meinem zerfallenen Gesicht und sagst, hey, ich find dich hier nicht. Es ist leer geworden in dir. Dabei warst du gerade noch hier, sag, kommt das von mir. Denn ich seh dich nicht mehr. Was ist geworden aus dir? Da ist so viel Angst, wo Hoffnung einst war. Du hast mal so gern geredet, wir waren uns mal so nah, also sag. Was ist passiert in so kurzer Zeit? Dass deine Augen leer, dein Blick nicht mehr klar, du nicht mehr da bist. Sag diese Narben an deinem Arm. Du wirkst so kalt dabei, bist du so warm, so viel, so intensiv. Sag, hat es das gebraucht? Denn ich brauche dich. Ich brauche dich auch. Durch sie, du bist steinern geworden. Wie du da zützt auf dem Boden. Dein Kopf war mal oben, die Hände erhoben. Du siehst einsam aus. Verdammt, ich weiß doch genau, dass die Angst dich aufsaugt. Du hast so viel schon ertragen. In den vergangenen Jahren gab es nur schlechte Tage. Aber ich habe Fragen. Ich will dich das fragen. Es ist so kalt geworden um dich. Hey, ich find dich hier nicht. Sag mir, wo du grad bist, denn innerlich verschwendest du dich, verlierst du dich. Ich würde dir gerne sagen, dass auch im Labyrinth Türen und Wege und Gänge sind, dass jeder noch so schwarze Tag zwar einen Anfang, aber auch ein Ende hat, dass sie an jedem noch so düsteren Weg irgendwo eine Kreuzung steht, dass jede noch so dunkle Nacht in der ferne Sterne hat, dass du dich entscheiden kannst, wohin du gehst und was du wagst. Schau mich an. Manchmal überlege ich, wie es wäre, es laut auszusprechen. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich so sehr wehtun würde, wie ich es mir vorstelle. Ich halte den Blick immer noch gesenkt. Ich hoffe, dass du die Dämonen in meinen Augen trotzdem erkennst. Ich versuche doch dir zu zeigen, was ich grad denke, aber alles ist leer, selbst der Schmerz ist weg. 2. Ich Weißt du, ich kann das mit diesem Vertrauen nicht. Nein, ich traue dir nicht, aber ich glaube an dich. Schau dir die Welt an, aus meiner Sicht, dann bemerkst du vielleicht, ich verliere mich in jedem Augenblick. Ich hab vergessen, wie man mit Menschen spricht. Mein Flaschenpost-Hilferuf erreicht dich nicht, denn die Zeit ist mein Feind und kämpfen kann ich nicht. Es ist nicht Einsamkeit mehr, dieses Ich-muss-alleine-sein, es ist nicht nur Atemnot. Es ist Herzschlag-Tod, es ist dieses Taubheitsgefühl. Dieses Ich-kann-nicht-doch-ich-will und es fühlt sich so, hört sich so einfach an, wenn du das sagst. Aber ich kann diese Stille nicht mehr ertragen. Es sind Gitterstäbe, die spitz wie Drähte sich in mich bohren. Es ist schwarzes Licht, das meine Sicht in der Ferne bricht und dein Gesicht in Schatten wiegt. Es ist dieser Schattenkrieg, in dem der Schatten siegt. Es sind diese Schattenmonster. Wir sind doch bloß Schattenopfer. Ich kann das nicht, ich erkenn mich nicht mehr. Ich spüre nichts, das Blatt bleibt leer. Zeilen verstummt, Seiten geschunden, mich niemals gefunden. So verletzlich bin ich geworden. Verfolgt von den Orten in mir, die dir unbekannt sind. Du kennst mich kaum noch, ich war doch grad noch ein Kind. Ich war doch grad noch gesund. Und du hast es geschafft, hast weitergemacht. Also frag mich jetzt nicht, wieso ich so bin. Klar, bin ich oft kalt und Gedanken verloren. Aber außer mir selbst kann mich doch auch keiner hören. Es ist die Farbe, die fehlt. Und dein Herz, das nicht schlägt, sondern gerade noch bebt, es ist dieses. Was, wenn ich gehe? Wenn ich nicht mehr lebe? Wem tut das schon weh? Ich kann dich nicht mehr sehen. Ich hab mich in Rasierklängen. Betrachtet, wie du dich entspiegeln. Ich hab in Käfigen geschlafen, wie du in Betten. Ich hab mich kuntergrau ausgemalt und dabei gelächelt. Ich hab mich irgendwann selbst vergessen. Beim Auf-die-Freiheit-Setzen. Beim Pokerface-Üben in zerbrochenen Spiegeln. Zwischen Bluttropfen und messerscharfen Scherben. Zwischen dem Klippenrand und der Fensterbank im neunten Stock. Im Einheitslook wie Ameisen so klein. Sieht die Welt an mir vorbei. Ich wollt immer frei sein. Nur weiß ich nicht, was Freiheit heißt. Zwischen Wehmut und Demut. Zwischen Angst und Freiluft. Ganz am Ende von es wird gut. Steh da in Bitte, bleib bei mir. In der Farbe vom Blut und ein Es reicht jetzt. Hey, es ist genug. Du willst die Wahrheit von mir hören. Die Frage ist nur welche. Denn wahr ist doch alles, was ich nicht vergesse. Danke. Dankeschön, Maja Schmatz. Unsere erste Slammerin im Wettbewerb nach der Pause. Und das ist vor allem jetzt eine Anmerkung für die Jury. Das, was wir vor der Pause gesehen haben. Und das, was wir jetzt nach der Pause sehen werden, ist ein und dieselbe Veranstaltung. Das heißt, so wie ihr vor der Pause benotet habt, werdet ihr jetzt weiterwerten. Und ihr spult jetzt quasi zurück. Seht vor eurem inneren Auge all das, was heute schon abgelaufen ist. Und führt euch noch mal eure Wertungen vor Augen, vor allem, die ihr den vergangenen fünf Slammern und Slammerinnen gegeben habt. Es wird eifrig gemalt. Und wir stimmen wieder ein. Drei, zwei, eins, Noten hoch. Okay. Meine Damen und Herren, diese Wertung wird schon hochgehalten von Jakob jetzt. Okay. Was er gegeben hat, verrate ich euch später. Es ist nicht die niedrigste Note, sage ich jetzt mal. Wir beginnen mit einer 8,0 von Lukas. Das ist wohlgemerkt die niedrigste Note, die ich auch gleich streiche. Dann haben wir eine 8,3. Wir bleiben im achteren Bereich und ich sehe da eine 8,4. Wir haben eine 8,7. Und jetzt fragt ihr euch, welche Note hat wohl Jakob gegeben? Zeig sie nochmal. Es ist ebenfalls die 8,7. Und zur Begrüßung von Jakob werde ich nicht Jakobs 8,7 streichen, sondern die andere. Und das ergibt jetzt 25,4 Punkte für Maja Schmatz. Vielen Dank.